so dann haben wir noch Typ B wie klatsche ich jetzt Typ B da dran ich würde sagen hier einfach an die Decke na dann sehen wir natürlich Den setzen wir jetzt einfach mal so und hoffen einmal, das Gebäude fällt in sich zusammen. Es hat geklappt, so mehr oder weniger, aber wir können in die nächste Mission. Ah, die drei müssen wir bestimmt alle kaputt machen. Diese drei Kamine sollen gesprengt werden. Ja, das letzte brauchen wir nicht zu lesen. Einmal eins, zwei. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, zehn. Naja, werden viele Trümmerteile hier weggeflogen? Ne, eigentlich nur das hier. Noch hier rüber. Es sieht aus, als wäre der Kamin hier rüber gestürzt. Ach. So, dann habe ich jetzt eine Idee. D, B, eins, zwei, drei, drei, vier. Und auf Sprengkreis, drei, kommt der hier. So sparen wir auch Geld, indem wir Sprengstoff-Typ A sparen. Ja, hat geklappt. So, dieses alte Stellwerk entspricht nicht mehr den Anforderungen an einen modernen Schienenverkehr. Sprengen Sie das Hauptgebäude und achten Sie auf die Struktur des Objektes. Was wohl liegt die tragenden Teile des Gebäudes? Das wissen wir doch ganz einfach, würde ich sagen. Wer baut eigentlich so ein Gebäude? Ich würde ganz klar sagen, die, einmal hier, zwei, hier, 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 und hier. Vier wäre dann einmal. Hier, 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 hier. Hier, 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 und da. Hier, 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 hier Einmal den Kopf kratzen. So. Da da. Da da. Da da. Da da. Da müssen wir jetzt hier in Pakos. Das Spreng geht wohl so aus. Dieses Parkhaus im Herzen der Stadt ist dem eigenen Verkehrsaufkommen nicht mehr gewachsen. Gut. Dann Kreis 2 mit C. Machen wir hier die restlichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pfeiler. Wieder 1, 2, 3, 4, 5, 4. Jetzt gucken wir mal ob es einstürzt oder nicht. 2, 3, 4, 5, 6 Pfeil. 4, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5 auf. Das haue ich mir ab. Aber so ähnlich muss das dann ungefähr sein. 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Untertitelung des ZDF, 2020 So, dann bringen wir uns hier nochmal in Sicherheit und drücken schon mal auf Zündung. Jetzt ist mir auch gerade die Framerate eingestürzt. So ist noch hier. So, dann bringen wir die schon mal hier auf. So, dann sind wir jetzt hier lang gelangen. Bei Leo, Mystery. So, dann kommen wir hier. Und dann kommt D-Sprengstoff und die Pfeiler. Zack, zack. Und dann kommt D-Sprengstoff. 4, 3, 4, 1. Stift, D-Sprengstoff. Ja, okay. Dann sage ich mal hier auf Ende. Gucken wir uns mal eben schon an, wo wir denn sind. Ah, ist ja nicht mehr viel. Oh, die alte Autobahnbrücke. Altes Kraftwerk, Plattenbau, Casino Hotel. Ja, ich sag mal, dann sehen wir uns bei der nächsten Aufnahme von Sprengmeistersimulator. Wie ich immer sage, Sprengmeistersimulator 2009.